Ich krieg Ohrenbluten. Das ist aus der Mundorgel. Für die Jugendfreizeit, wo ich mitfahre. Wie lange geht denn so eine Jugend heute? Bis 60? Als Betreuer. Äh, nee, was ist mit den zwei erschienen? Kommt da langsam mal was? Naja, erzähl mal bis unendlich. Bitte? Habe ich von den Jungs aus der Gruppe den Spruch? Ja, da ist ja der Nachwuchs. Na, wie sieht's aus? Hör mal, das ist mit den Zweierschäden. Die brauchen ja einen Freitag beim Tremmel. Ja, aber besser aussehen, wie eine Fachkraft hätte hier statt der Frau Ver****n. Und wegen dem Büro nochmal. Ich find's langsam echt albern, dass der immer noch keinen Schlüssel abweist. Mundorgel? Ist doch nicht der Spitzname von der Dings oben aus der Buchhaltung? Nee, das ist zum Singen. Weil ich fahr jetzt auf eine Jugendfreizeit und da hab ich gedacht... Ja, die interessierten Toten. Jetzt machen wir die Zweierberichte. Nee, also so schon mal gar nicht. Also nicht in dem Ton. Oh, höre mal, jeder Herr, nee, du. Habt ihr heimliche Eier getauscht oder was? Ja, Ulf, der Chef ist wie der Tod. Der kriegt dich auch, wenn du nix machst. Und wenn er dich kriegt, dann ist Feierabend. Deswegen haben wir alle so eine Angst vor dem. Und da musst du hinkommen. Und der Tod hat auch kein Büro, ne? Sieh zu mit den Schadensberichten. Komm in die Ohren, in die Socken, Junge. Ja? Ok. ...no Schadenszwei. Alles gut, ne? No Schadenszwei. Na, ehrlich? Alles gut? Das war's für heute.